Heute haben wir eine Übersicht über das Luxushotel TH8 Palm, managt bei Ecor 5 Sterne, das sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten Dubai befindet. Vergesst nicht, meinen Kanal mit aktuellen, kurzen und informativen Hotelübersichten zu abonnieren. TH8 Palm ist vom Unendlichkeitssymbol inspiriert, das das Konzept der unbegrenzten Möglichkeiten darstellt. Das Hotel wurde 2021 eröffnet und befindet sich ganz am Ende von Palma. Das ist ein modernes, von Kunst inspiriertes Boutique Resort mit luxuriöser Einrichtung und der allerbesten Aussicht auf Palma Jumeirah und die berühmte Skyline von Dubai. Das Hotel bietet einen Shuttle-Service zu den berühmtesten Einkaufszentren Dubai Mall und Mall of Emirates. Ein Babybett ist kostenlos verfügbar, je nach Verfügbarkeit und auf Anfragen. Aber es gibt keine Zustellbetten für ältere Kinder. Alle Zimmer verfügen über ein Schlafsofa, auf dem sie kostenlos untergebracht werden können. Das Hotel bietet drei Arten von Mahlzeiten an. Frühstück, Halbpension, Frühstück und Abendessen, aber es ist möglich zum Mittagessen zu wechseln. Vollpension, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Bei Halbpension, Abendessen kann durch Mittagessen ersetzt werden. Frühstück, Buffet und ein Gericht zur Auswahl. Mittag- und Abendessen werden à la carte serviert. Zum Frühstück gibt es sehr guten Kaffee. Es gibt auch einen Imbisswagen am Pool und am Strand mit einer Open-Air-Bar von 13 Uhr bis 23 Uhr, gegen Gebühr. Das Hotel verfügt über einen großen Außenpool mit Temperaturregelung. Musik spielt im Pool direkt unter dem Wasser. Man taucht ein und hört Musik. Das Hotel hat seinen eigenen Sandstrand und befindet sich an der ersten Linie. Der Strand ist breit, der Eingang zum Meer ist Sand mit kleinen Kieselsteinen. Auf dem Gelände befindet sich Fluid, ein beliebter Strandclub, gegen Bezahlung. Für Kinder gibt es einen Spielblas und ein Kinderbecken. Vergesst nicht den Kanal zu liken und zu abonnieren, um neue kurze und informative Hotelübersichten nicht zu verpassen.